In diesem Video erfährst du, wie das Gremienportal der Stadt Rüsselsheim genutzt werden kann. Den Zugang findest du über die Homepage der Stadt Rüsselsheim oder über Google. Gib in die Sendbox Gremienportal Rüsselsheim ein und folge dem Link. Du bist dann im Gremienportal der Stadt Rüsselsheim. Hier findest du die Gremien, insbesondere also die Ausschüsse und Ortsbeiräte, die Fraktionen und Personen, die Drucksachen und der Vorlagen, die Sitzungstermine und ein Recherchetool. Der rot umrahmende Bereich ist den Stadtverordneten vorbehalten. Hier sind die nicht öffentlichen Informationen hinterlegt. Einfach ausprobieren!